Herzlich willkommen. Dann sind wir ja beisammen. Ich begrüße Sie beide. Ich warte noch eine kleine Sekunde, bis alle im Raum sind. Dann werde ich zwei Sätze zu Ihnen sagen, zu Euch. Und dann, ah, wunderbar, jetzt sind wir zusammen, warten wir noch kurz bis so ein, zwei, drei. Aber Julian ist ja ein interessanter, interessanter grafischer Effekt. Ja, ich habe das auch gerade festgestellt. Ich mache den mal eben weg. Ich glaube, so ist es fast ein bisschen angenehm. Nicht, dass er ablenkt, genau. Ja, weil ich fand es ganz schön. Irgendeine Voreinstellung, keine Ahnung. Ja, wunderbar. Also ihr habt ja gemerkt, heute ist ein bisschen das Spiel deutscher Eurovision Song Contest. Und ich frage, wo sitzt ihr denn gerade? Frau Kondaro, Frau Moschel. Ich vermute, aber ich frage, wo sitzen Sie? Wo erreichen wir Sie? Also ich sitze im Kinderzimmer in Dresden. Sehr gut. Und ich sitze in meinem Büro, auch in Dresden, in der Staatsoperative. Genau. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, gleich übergebe ich an Euch. Ich freue mich sehr, dass Ihr, Sie sich bereit erklärt haben, hier einen kleinen Impuls zu geben, weil das ist ja wirklich die Idee dieses Forums, dass man ganz viel Unterschiedliches kennenlernt. Und total klar, in einer Viertelstunde kann man nicht viel sagen. Aber eine Sache möchte ich sagen, also mit Juliane Moschel bin ich schon lange am Sprechen und Beobachten und streng genommen ja auch schon vor dem Aktionsnetzwerk habt ihr bombastische Sachen gemacht. Also nicht nur davor, sondern ich habe ja immer mit großer Begeisterung nach Dresden geschaut. Wir haben uns, glaube ich, das erste Mal im Rahmen deiner Veranstaltungsreihe da kennengelernt, wo ich wirklich in heller Ehrfurcht war, was du da alles zusammengebracht hattest und in welcher Breite du das Thema gesehen hattest. Hatten wir gestern, kann man ja sagen, deinen Kollegen Achim Könnecke aus eben Würzburg, der auch was ganz Spannendes macht. Aber ich finde das bei Euch ja genauso beeindruckend. Insofern freue ich mich jetzt sehr auf Eure Vorstellung von dem, was geht eigentlich in Dresden gerade. Also Stage is yours. Viel Spaß. Gut, vielen Dank, Jakob. Und ich möchte eben noch auf Katrin Konda-Oroff hinweisen. Ich bin sehr froh, dass wir das heute zusammengestalten, weil eben nicht nur die Perspektive der Kulturverwaltung hier in Dresden so bedeutend ist, sondern es geht um die Kultureinrichtungen. Und ich bin sehr froh, dass wir das heute zusammengestalten können. So, ich versuche mal hier meinen Bildschirm jetzt zu teilen. Ich habe eine kleine Präsentation, also wir haben eine kleine Präsentation vorbereitet und ich gucke mal, wie das jetzt hier geht. Also, wir beschäftigen uns mit Nachhaltigkeit schon seit mehreren Jahren im Rahmen der Kulturentwicklungsplanung hier in Dresden und haben auch uns ja beworben als Kulturhauptstadt Europas 2025. Und ich möchte diese beiden Aspekte eben ganz kurz nennen, weil einerseits Nachhaltigkeit als Anliegen, als gesamtgesellschaftliche Herausforderung im Rahmen dieser Kulturentwicklungsplanung eingeflossen ist. Und andererseits auch von den Akteuren selbst, von den Bürgerinnen und Bürgern und von den Kulturakteuren im Rahmen der Bewerbung als Kulturhauptstadt Europas. Und diese beiden Einflüsse haben nun dazu geführt, dass wir einen Gesamtprozess im vergangenen Jahr begonnen haben, der natürlich noch längst nicht abgeschlossen ist. Aber wir möchten uns euch heute die ersten Ergebnisse vorstellen. Sieht man das jetzt, dass ich das Bild weiter klicke? Ja, nächstes Bild ist da. Wunderbar. Also wir verstehen Nachhaltigkeit eben als gesamtgesellschaftliche Herausforderung unter den drei Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales und haben sie auch immer unter diesen drei Dimensionen betrachtet. Wir arbeiten im Verbund mit Politik, Forschung und Gesellschaft und versuchen hier eben Synergien und Kooperationen herzustellen. Insbesondere im Kunst- und Kulturbereich streben wir einen Strukturwandel an. Dazu wird nachher auch Katrin Kondor-Uroff noch mehr sagen können. Die ästhetische Auseinandersetzung ist aber auch nicht zu unterschätzen und sollte in Zukunft dringend gefördert werden. Dazu hat ja auch Adrienne Göhler einen Fonds für ästhetische Förderung vorgeschlagen, den ich für sehr wichtig erachte. Also wir beschäftigen uns eben im Rahmen der Kulturpolitik einmal mit dem, was war und was ist und mit dem, wohin wir in Zukunft wollen, mit der kulturellen Infrastruktur der Stadt Dresden jetzt hier insbesondere. Dazu ist es ganz notwendig, aus der Kulturverwaltung und Zusammenarbeit mit den Kulturpolitikern eben die Rahmenbedingungen zu gestalten und auch hier zu fördern. Wir haben festgestellt, dass eben die Datenerfassung noch in den Kinderschuhen steht. Das wird ja nachher auch nochmal der Dr. Brünger von der Kulturstiftung des Bundes sagen, der mit seinem Pilotprojekt Klimabilanzierung in 19 Kultureinrichtungen natürlich exemplarisch dargestellt hat, welche Daten erfasst werden müssten und dass es auch darum gehen muss, zukünftig eine langfristige Datenerfassung herzustellen. Auch hiermit haben wir uns in der Kulturverwaltung in Zusammenarbeit mit den Kultureinrichtungen im Rahmen von Culture for Future intensiv beschäftigt. Chancen sehen wir natürlich insbesondere darin, auch überregional zusammenzuarbeiten. Ein wichtiger Partner ist das Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit, aber auch die kulturpolitische Gesellschaft und der Deutsche Kulturrat sind wichtige Ansprechpartner. Wir möchten aber auch darüber hinaus eben über regionale Netzwerke nutzen, zusammenarbeiten mit anderen Kultureinrichtungen, anderen Kommunen und auch interdisziplinär arbeiten. Also hier schauen wir, dass wir ein Netzwerk erweitern, das wir im vergangenen Jahr aufgebaut haben. Zu Beginn unseres Prozesses haben wir uns erstmal ein Ziel gesetzt. Dieses Ziel haben wir zugegebenermaßen als Vision vorausgesetzt und wir möchten eben bis 2030 alle Dresdner Kultureinrichtungen, Egal ob in städtischer Trägerschaft oder im Freistaat Sachsen oder auch bei den freien Trägern, möchten wir gerne, dass alle Kultureinrichtungen eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt haben und auch die Maßnahmen in dieser Strategie umsetzen. Das ist quasi unsere Zielvorgabe im Rahmen der Kultureentwicklungsplanung. Hierzu haben wir dann eben einen Auftakt im vergangenen Jahr begonnen, Culture for Future als Projekttitel und haben angefangen mit fünf Dresdner Kultureinrichtungen gemeinsam mit Partnern Adelphi als Denkfabrik und dem Umweltzentrum Dresden diesen Prozess zu beginnen und zu starten. Als teilnehmende Einrichtungen haben wir ganz bewusst auf unterschiedliche Kultureinrichtungen uns fokussiert, damit wir auch zeigen können, inwiefern die unterschiedliche Arbeitsweise und die unterschiedlichen Strukturen Nachhaltigkeitsmaßnahmen entwickeln und auch implementieren können. Teilnehmend war eben die Staatsoperette Dresden als Musiktheater, die Dresdner Musikfestspiele als Festival, die Städtische Bibliothek, die Dresdner Philharmonie als Orchester und das Kunstgewerbemuseum der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden. Mit diesen haben wir dann einen gemeinsamen Transformationsprozess begonnen, der Top-Down und Bottom-Up, das ist ganz wichtig, also der Akteursgetragen entwickelt wurde. Wir haben hier in diesem letzten Jahr ganz konkrete Nachhaltigkeitsmaßnahmen für die Einrichtungen entwickelt und haben somit geschaut, inwiefern man langfristig Strategien entwickelt. So ungefähr hat der Prozess stattgefunden in verschiedenen Workshops. Ich gehe jetzt nicht näher darauf ein, ich stehe gern für Fragen im Anschluss noch bereit. Aber im Januar 2022, damit will ich jetzt auch meinen Teil beenden, haben wir es geschafft, also die Akteure haben sich zum Ziel gesetzt, eine gemeinsame Charta zu entwickeln für Nachhaltigkeit im Kultursektor Dresden und haben diese Charta auch gemeinsam geschrieben. In dieser Charta haben sie sechs Aktionsfelder benannt, die hier nochmal ganz kurz aufgelistet sind und haben sie dann in ein Papier mit fünf Leitsätzen gegossen. Diese Charta haben wir im Januar 2022 vorgestellt. Die haben zwölf Kulturinstitutionen unterzeichnet und die nächsten zwölf werden wir jetzt Anfang März vorstellen, die diese Charta auch unterzeichnet haben. Die Staatsoperette Dresden ist als Erstunterzeichnerin mit dabei und deswegen leite ich jetzt über zu der Staatsoperette und der Intendantin Katrin Kondor-Oroff. Ja, vielen Dank, Juliane Moschel, für die Überleitung und auch für den ersten Einblick in unsere gemeinsame Arbeit an Culture for Future. In der Tat ist das ein Prozess, der für ein großes Musiktheater eine Bedeutung hat, in einer Zeit, in der Nachhaltigkeit, der aus der Gesellschaft gar nicht mehr wegzudenken ist, aber auch in einer Zeit, wo, glaube ich, trotzdem auch noch viele Fragezeichen mit dem großen Komplex Nachhaltigkeit verbunden sind, denn das Wort oder dieser ganze Komplex greift ja in viele Aktionsfelder hinein. Und diese gilt es dann natürlich für ein großes Musiktheater, wie die Staatsoperette eines ist, abzustecken und dann genau zu eruieren, in welchen Bereichen man kurzfristig, mittelfristig oder dann eben auch langfristig nachhaltige Prozesse im Betrieb und auch für die künstlerische Arbeit implementieren kann. Doch bevor ich auf die Details unserer Arbeit eingehe, unseres Nachhaltigkeitsprozesses, möchte ich kurz einige Worte zum Haus verlieren, weil dem einen oder anderen wir als Institution möglicherweise nicht bekannt sind. Die Staatsoperette ist tatsächlich die größte Kultureinrichtung der Stadt Dresden beziehungsweise das größte Musiktheater, neben den natürlich staatlichen Häusern Senpa-Oper und Staatschauspiel. Es ist ein besonderer Betrieb insofern, als dass wir viele Sprachen im Haus vereinen, neben Sänger, Solistinnen und Solisten, ein Ballettensemble, ein Chor und auch ein großes Orchester mit all diesen Künstlerinnen und Künstlern bestreiten wir bis zu 180 Vorstellungen jährlich und haben natürlich angeschlossene Werkstätten, einen großen Technikbereich, eine Verwaltung, sodass wir insgesamt auf bis zu 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Betrieb kommen, die eben aus den verschiedenen Bereichen mit ihrer eigenen Perspektive immer hineinblicken. Die Staatsoperette Dresden ist natürlich insofern interessant, auch aus dem Blickwinkel eines Musiktheaters, sich mit diesem Thema Nachhaltigkeit zu befassen, aber auch aufgrund der Historie. Da wir als Institution 2016 das Glück hatten, in einen Neubau einzuziehen und auch dieser Neubau bringt bereits Parameter mit, die dafür prädestiniert sind, auch hier am Standort über Nachhaltigkeitsprozesse nachzudenken und das betrifft vorrangig Baumaßnahmen oder bauliche Komplexe, die bereits hier am Haus stattgefunden haben in der Konzeption dieses Neubaus. Unter anderem verfügen wir bereits über eine Photovoltaikanlage, auch das Thema Bühnenbienen wurde hier verfolgt. Also wir haben Bienenstöcke, die sich hier auf dem Gelände befinden, mit denen wir dann den eigenen Blühnenholig nach außen transportieren können. Natürlich ist auch das Thema Energieeffizienz eines, was uns beschäftigt, sodass Leuchtmittel im Haus auf LED-Mitte umgestellt wurden. E-Transporter verwenden wir und auch mit Blick auf unsere Besucherinnen und Besucher sind bereits Tickets des öffentlichen Nahverkehrs mit in unseren Preisen, Ticketpreisen mit integriert. Also das sind so Hard Facts, die wir eigentlich schon von vornherein mitgebracht haben, bevor wir in den Prozess Culture for Future gestartet sind. Das Konzept oder dieses Projekt beschäftigt uns jetzt seit einem knappen Jahr. Wir sind im Frühjahr 2021 gestartet und haben tatsächlich begonnen, von der Pike auf, also von jedem Mitarbeitenden aus gedacht, in dieses Projekt einzuladen, sodass wir wirklich in der glücklichen Lage waren, aus den verschiedenen Arbeitsbereichen, sei es aus der Technik, aus den Werkstätten, aus dem Verwaltungsbereich, aber natürlich aus den Kreisen der künstlerisch Beschäftigten, eine sehr heterogene, bunte Gruppe zusammenzustellen, die sich eben gemeinsam zur Aufgabe gemacht hat, sich dem Thema Nachhaltigkeit zu widmen. Aus dieser großen heterogenen Gruppe sind verschiedene Arbeitsgruppen entstanden, die sich dann mit bestimmten Spezifika dieses Komplexes befasst haben. Ein Thema ist zum Beispiel Mobilität, Ressourcen, Beschaffung oder Management waren ein Themenkomplex, aber natürlich auch das Thema der sozialen Nachhaltigkeit beschäftigt in einem so großen Betrieb wie dem unseren, wo es um Optimierung von Kommunikationsprozessen geht oder auch Transparenz von Prozessen etc. pp. Aus diesen Arbeitsgruppen heraus konnten wir schon ziemlich spektakulär, muss ich sagen, oder auch professionell Umfragen ableiten, sodass wir zum Thema Mobilität und eben auch Ressourcenbeschaffung und Verwendung und auch Entsorgung, das ja auch im Theaterbereich, wenn Sie an beispielsweise die Werkstätten denken, Malsaal, die mit Farben arbeiten, die dann im Prinzip ja auch ökologisch gut abgebaut oder entsorgt werden müssen. Also, dass wir sozusagen in diesen Bereichen weiter geforscht haben, um uns dann aus den Umfragen heraus Maßnahmen aufzuerlegen oder eben auch zu entwickeln. Und wir sind momentan an dem Punkt, mit diesen Maßnahmenkatalogen umzugehen und tatsächlich auch die ersten Punkte umzusetzen. Vom Vorgang müssen Sie sich das so vorstellen, dass die entsprechenden Maßnahmenkataloge tatsächlich aus der Mitarbeiterschaft heraus erarbeitet wurden, als Vorschlag, als Arbeitsthese in die Leitungsrunde gegangen sind, wo wir das dann quasi als Theaterleitung breit aufgestellt diskutiert haben und die Machbarkeit, die Möglichkeit im Haus geprüft und mit diesem Ansatz jetzt eben einzelne Maßnahmen im Haus wirklich bereits konkret umsetzen. Das betrifft beispielsweise Digitalisierungsvorgänge, wenn es darum geht, Abwesenheiten, Urlaubsscheine etc. auf den digitalen Weg zu konzentrieren, Bestellvorgänge auch vorrangig digital auch absegnen zu lassen, wenn es um kaufmännische Prozesse geht und so weiter. Also insofern ist das momentan schon ein glücklicher Umstand, der uns da beschäftigt, dass wir tatsächlich schon konkret mit Maßnahmen umgehen können. Denn das ist natürlich auch die Herausforderung dieses gesamten Prozesses. Mit dieser Charta, die Sie vorhin kurz stichpunktartig sehen konnten, geben wir uns natürlich erstmal einen großen Rahmen, wo wir mit großen Schlagworten umgehen, also mit der Tatsache, dass wir uns der Nachhaltigkeit annehmen, dass wir diesen Prozess im Haus implementieren wollen. Und mit diesen konkreten Maßnahmen sind wir nun wirklich dabei, das auch zu tun. Aber neben einer, sage ich mal, jetzt so konkreten Umsetzung wie digitalen Vorgängen, ist es natürlich auch wichtig, immer die gesamte Mitarbeiterschaft mitzunehmen. Also auch hier haben wir doch auch mit Aufklärungsarbeit und Überzeugungsarbeit zu tun. Was bedeutet Nachhaltigkeit in einem Betrieb? Das betrifft natürlich auch die Situation in der Kantine, der Essensversorgung. Hier sind wir in der glücklichen Situation, einen externen Partner mit im Boot zu haben, der sich diesem Prozess auch sehr öffnet und hier auch schon regional und auch biologisch, uns biologisch bekocht quasi. Und so sind verschiedene Prozesse im Haus einfach schon in Gang gesetzt und angestoßen. Nichtsdestotrotz ist natürlich ein Umstand, der vor allem mich auch als Intendantin beschäftigt, die Frage, wie gehen wir mit dem Thema der Kunstfreiheit um? Weil natürlich mit Blick auf Ressourcenbeschaffung und Ressourcenverwendung, dass ein Bereich ist, der natürlich auch in eine künstlerische Gestaltung eingreift. Also Sie müssen sich vorstellen, ich lade ein Regie-Team ein, ein Regisseur, Regisseurin, Bühnenbildner, Bühnenbildnerin, Kostümbildner, Kostümbildnerin, die natürlich erst mal mit einem großen kreativen Output bei uns aufschlagen. Und grundsätzlich möchte auch ich erst mal die Bandbreite denken lassen und auch ermöglichen. Allerdings stellen wir uns intern tatsächlich die Frage, ob es dennoch eine Möglichkeit gibt, auch mit gezielten Ressourcenkatalogen auch künstlerischen Teams Vorgaben zu machen oder Anhaltspunkte zu geben, nach welchen Kriterien wir arbeiten wollen, was unter Umständen die Verwendung bestimmter Materialien dann ausschließen würde und natürlich in der Optik oder auch in der ästhetischen Wirkung dann natürlich eine Veränderung oder einen anderen Ansatz bedeuten könnte. Da sind wir quasi am Anfang. Das ist ein Prozess, in den wir uns gerade hineinbegeben. Denn das eine ist natürlich der künstlerische Aspekt, der in diesem Prozess drinsteckt. Auf der anderen Seite aber auch die Frage nach der Finanzierbarkeit. Da natürlich auch Regionen oder nachhaltige Ressourcen momentan noch sehr viel teurer sind, auch die regionale Beschaffung meistens teurer ist, als wenn man über größere Anbieter geht oder sozusagen flächendeckender denkt. Insofern ist das sozusagen ein Punkt, den man wirklich eher langfristig bearbeiten kann und wo man in direkten Austausch mit den Rechtsträgern, mit politischen Vertretern auch gehen muss, um hier den Punkt der Finanzierbarkeit auch gemeinsam zu diskutieren und zu steuern. In der Frage der Ressourcen ist aber ein weiterer wesentlicher Aspekt, den wir auch hausintern am Theater schon nutzen und umsetzen, natürlich die Frage nach Fundussituationen. Also Bühnenbildende oder Kostümteile, die nicht mehr in laufenden Produktionen verwendet werden, kommen in einen hausinternen Fundus und können dann optimalerweise auch für andere Produktionen wiederverwendet werden, natürlich in Form einer Neuverarbeitung. Und hier wäre es aus meiner Sicht sehr sinnvoll und sehr hilfreich, gerade in allen Bühnenbetrieben ein größeres Netzwerk bundesweit, wenigstens bundesweit aufzustellen, um hier in einen größeren Austausch auch zwischen den Häusern zu kommen, was wiederverwendbare Bühnenteile angeht. Ich weiß, dass es natürlich bereits solche Art Tauschbörsen oder Angebotsbörsen gibt. Das ist ein Bereich, der gerade auch glücklicherweise einen Aufschwung erlebt. Aber hier gibt es sicher noch Potenzial, auch unter den Bühnen sich weiter zu vernetzen. Denn auch das ist natürlich ein Punkt, wir wissen das alle, jeder will immer der Erste sein, der etwas produziert und mit etwas rauskommt. Also auch hier gibt es mit Blick oder von Seiten der Kunst auch immer ein bisschen Vorbehalte, oft auch nochmal in eine Wiederverwendbarkeit von Ressourcen zu gehen. Aber da muss ein Stück weit in meiner Wahrnehmung auch ein Paradigmenwechsel und eine Öffnung stattfinden und ein Gespräch darüber, wie man da in einen besseren Austausch kommt. Soweit vielleicht meinerseits. Ich glaube, ich habe viele Aspekte angesprochen und stehe gerne nochmal für vertiefende Fragen jetzt im Chatroom zur Verfügung. Vielen Dank.